Ich war mit meiner Mutter im Salon. Da habe ich eine Mail bekommen, um zu kommen. Ich wollte das Flugzeug und komme zum Flugzeug. Ich bekam eine Nachricht, und ich dachte bestimmt, ich bin ein Verarscher oder so. Als ob das aus dem Nichts kommt. Dann habe ich mir die Nachricht angeschaut und ich habe sie mir durchgelesen. Ich bin sehr interessiert, ich bin nervös. Es war ja ein Applaus. Die Kooperationsinhalte sind die, dass wir uns darauf geeinigt haben, diesen heutigen Tag zusammen zu veranstalten. Das heißt, wir haben hier 75 Spieler, die wir den FC Ingolstadt über uns präsentieren möchten. Die sind sehr innovativ aufgestellt, wollen neue Wege gehen, wollen gucken, wie man da auch Sachen machen kann, die noch kein anderer gemacht hat. Das ist ja das, was wir im Verein ein bisschen gehen wollen. Die eigenen Wege auch mal was anderes machen. Und da sind wir jetzt auch Vorreiter in Deutschland. Ja, ich habe mich wirklich auf diesem Spiel gestalten. Ich helfe der Werke, Hanfala, Mann, Offizier. Ich bin der erste Bild von Miss Saison und er hat mir auch eine große Saison zu dürfen. Vieles habe ich meinem Team zu verdanken, ich mache ja schlussendlich nur die meisten Tore in der Liga, aber meiner Mannschaft habe ich auch viel zu verdanken, die ganzen Torverlagen und so. Er erarbeite ich mir auch nicht alles selber. Wie ihr gesehen habt, in der letzten Video-Kaffee plus 4.000 Euro. Ich denke, es ist sehr dankbar. Wenn wirklich ein Spieler unter Vertrag genommen wird, haben wir damit auch schon unser Ziel erfüllt und bewiesen, dass man anhand von Daten wirklich Nachwuchsspielern noch scouten kann. Ja, man hat schon eine höhere Messlatte gesehen als im eigenen Verein, also die Ansprüche sind schon viel höher. Und ich finde auch die Erfahrung, die ich heute gemacht habe, die begleitet mich noch mein rechtliches Leben, also die nehme ich auch mit. Let me know you down and I hit it up, tell me who ya love. Tell me who you 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 love. Ah, ah. Untertitelung des ZDF, 2020